Frühlingszeit ist Gartenzeit und Gartenzeit ist Pflanz- und Aussaatzeit. Gerade jetzt sind viele Hobbygärtner dabei, ihren Garten, Balkon oder ihre Terrasse nach dem Winter wieder auf Vordermann zu bringen. Die ersten Salatpflanzen zu setzen oder mit Frühlingsblühen Farbe in die noch kalte Landschaft zu zaubern. Doch dafür braucht man natürlich Erde. Und genau hier zeigt Bella Flora einmal mehr seine Liebe zur Natur und zu Pflanzen und beschreitet neue Wege. Man setzt auf Flower Power mit torffreier Erde. Doch warum hat man sich dazu entschlossen? Dorf wird aus Mooren gewonnen. Diese wiederum zählen zu den am höchsten gefährdeten Naturgebieten der Erde. Gleichzeitig sind diese Gebiete aber auch die größten CO2-Speicher der Welt. Aus diesem Bewusstsein heraus und um die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt der Moore zu erhalten, hat Bella Flora sich dazu entschlossen, aus dem Handel mit dem Dorf auszusteigen. Die Umstellung auf torffreie Erde wird einige Jahre in Anspruch nehmen und ist mit Sicherheit die größte Herausforderung, der sich Bella Flora im Rahmen seines Nachhaltigkeitsprogrammes bisher gestellt hat. Doch welche Vorteile bringt denn torffreie Erde für den Kunden? Der Kunde bekommt hochwertige Dorfersatzstoffe, wie zum Beispiel Holzfasern und Grünkompost und schützt vor allem aber unsere Umwelt. Egal ob Sie farbenprächtige Primel oder duftende Bio-Kräuter pflanzen, mit torffreier Erde setzen auch Sie ein Zeichen der Nachhaltigkeit für unsere Umwelt.